hey schön dass du wieder eingeschalten hast heute möchte ich dir einen kleinen text aus dem buch grüße vom universum von mike dooley vorlesen und der text lautet hier spricht das universum und zur feier des tages werde ich dir ein kleines geheimnis verraten eigentlich hätte ich es dir schon vor ewigkeiten sagen sollen aber die meisten typen können mit dieser art geheimnis nichts anfangen ich bin jedoch zu der überzeugung gekommen dass du anders bist es ist das geheimnis wie du alles ausnahmslos alles bekommen kannst was du willst hast du das verstanden wie du die dinge die gefühle und die lebensumstände von denen du träumst anziehen kannst wie ein magnet soweit klar es erklärt wieso meister zu meistern werden und es wird dich endgültig davon überzeugen dass ich immer zur stelle bin um dir zu helfen oder um ein wunder zu bewirken gut übung macht den meister übung macht die meisterin ja übe dich denn mit ein wenig übungspraxis wirst du weiter vorankommen als du es dir je hast vorstellen können ps und nun widerstehe der versuchung nur zustimmen zu nicken und mit den achseln zu zucken tu was visualisiere versuche es zumindest handle vertrauensvoll wenigstens ein bisschen erforsche deine überzeugungen zumindestens ein bisschen stell wenigstens kleine dinge auf die beine ein anruf ein kompliment ein blumengeschenk was auch immer erwarte ein kleines wunder erwarte ein wenig hilfe erwarte dass es einfach ist übe dich darin ja ich hoffe der text konnte dich etwas inspirieren weitere texte findest du auf meinem youtube kanal und ja ich wünsche dir alles alles liebe